Nürnberg Das jüngste Motorradtief kommt auf die linke Seite, das ist die... Der ist hier rechts und noch tiefer in die Hand rechts. Sieben, sechs mit 257 Kilometern pro Stunde, riesen Freude beim Team von Kurt Albers und große Freude auch bei den anderen, bei den verschworenen Gemeinschaften, die so bilden kann. Das jüngste Motorradtief kommt auf die Hälfte der Bahn zu bleiben, er muss aber den rechten Fuß vorstoßen in die 9er und 8er Zeit. Die Hälfte der Bahn, die Hälfte der Bahn, die Hälfte der Bahn, die noch gestern bekommen, und heute wieder am Nachmittag, ich denke mal, noch eine weitere Laune der Bissens. Die Abkasse wird jetzt mal auf die Hälfte der Bahn und die Hälfte der Bahn. Und wieder ein Linkssalp. Und was macht der hier? Draugendweil? Hat da irgendwas in der Vorbereitung? Ne, ich glaube, der muss noch nicht brauchen. Entweder oben auch in dem, weil es könnten drin. Links nehmen die von der Bissens. Und links nehmen die Fahrzeuge. Und links nehmen die Fahrzeuge. Und links nehmen die Fahrzeuge. Das war die Aachen, man richtet sich von hier auf und auf der Matiasen richtet die körpersprache Bände, die vorletzte Qualifikationsfonds schon feilen. Ich muss nun vielleicht nutzen die jetzt den Junior-Wechsel-Ausgang. Der ist ziemlich leicht nach Ende der Strecke auf der linken Seite, wo müssen die Bikes dicht und der Hitze bis zum optimalen Aachen. Die Bikes sind die Pfeil für die Haare und die Töne. Die Töne sind die Kugel. Die Füße von der Strecke und der Strecke. Die Kugel ist die Kugel. 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 Die Kiel-Förmereinsatz Schaut weg. Wir haben heute noch einmal hängt von dem Ziel und wieder der Ackerlauf aus und wirft ihn herangelassen. Also haben wir heute auch nur in den Ziel. Das ist eine hohe Leute immerhin hier. Für Ari Banzli wird es jetzt schlacken beim Ernst, der Holländer. Och weh.